Hey girls, come around, if you think you have to... We've got no jazz on tour! Woohoo! Hallo! Hi! Wir sind ja in Paris und deswegen dachte ich euch, wir zeigen euch ein bisschen die französische Küche in Form eines Food Diaries. Und deswegen waren wir uns heute in einem Macaron-Geschäft und wir testen jetzt einfach mal live on camera. Weil es ist kein Karamell. Wir gehen jetzt einfach mal in den Restaurant. Ja, bis dann! Mein Tinder-Outfit changed und jetzt sind wir hier gerade in so einer richtig coolen, belebten Straße. Und wir essen jetzt zu Abend. Wir wollen irgendwas Fischiges, also irgendwas... nein, irgendwas Französisches, genau. Und ich hoffe, dass die Muscheln haben, dann würde ich nämlich Muscheln essen. Und ich habe auch keine Fliesenzülle, und ich habe hier zum Beispiel als Vorspeise eine Zwiebelsuppe. Und ich habe gerade schon gedacht und es schmeckt ziemlich geil. Es ist sehr interessant, das hier raus zu angeln. Habe ich den Schnecken? Nee. Nee, schmeckt echt gut. Magst du Meeresfrüchte? Ja. Ja, dann magst du es doch. Ich habe jetzt meinen Schneck bekommen, das passende Werkzeug dazu. Ich vermute, wie das Ganze funktioniert. Wir probieren es einfach mal. Moment. Und dann nehme ich die Gabel und ziehe meiner Meinung nach die Schnecke da raus. Ist in Kräuterbrauchen. Okay. Ja? Ja. Go, 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 go. Riecht nach Garlick. Das ist sehr gut. Das schmeckt ganz schön. Lecker. Ja. So ein bisschen wie irgendeine Art von Meeresfrucht, weil da halt sehr viel Kräuterbutter und Knutlauch drin ist. Es gibt Menschen, die essen auch sowas wie Stierkenisse. Oh, das ist eine Schnecke. Ja. Ich esse eine Schnecke. Ich esse jetzt meine Kindheitsfreunde. Ja. Schau. Okay. Es ist gar nicht so schlimm. Man darf sich die Schnecke nicht böse vorstellen. Dann geht es eigentlich sogar. Messie? Meine Muscheln sind jetzt da. Chloe hat mir gerade noch mal gezeigt, wie ich die esse. Also wir machen jetzt quasi... Also eigentlich müsste die jetzt leer sein, aber das dekorieren wir jetzt. Und jetzt ziehe ich die quasi raus. Schön muschelig, ist das ein Wort? Nachdem ich gerade erst mal meinen Salat mit Schinken bekommen habe, was natürlich super ist, wenn wir vorher schon betont haben, dass wir wegen Tagen da sind. Ja, aber trotzdem jetzt ist es eigentlich relativ gut. Und deine Muscheln, Madina? Ja, das Essen kam dann jetzt auch endlich mal an. Wir haben inzwischen kurz nach zwölf oder so nachts und hier ist nie ganz Spaß noch belebt. Aber die Pommes sind inzwischen kalt und ich habe auch ehrlich gesagt gerade gar keinen Hunger mehr. So, nun habt ihr ein paar Impressionen bekommen, wie denn unser Essen hier in Paris so ausgesehen hat. Und jetzt erzähl mal, was hast du denn so für einen generellen Eindruck von dem Essen hier in Frankreich? Was mir abends immer aufgefallen ist oder egal wo du vorbeigegangen bist, es gab überall Pommes. Ich würde sagen, das ist so das Äquivalent zu unseren Bratkartoffeln, alles mögliche. Ich meine, es ist auch eine Kartoffel, aber ihr wisst, was ich meine. Wir waren ja in einem Restaurant, wo wir gesagt haben, wir haben einfach Schnecken gegessen. Genau. Wir suchen jetzt bewusst Sachen, die es nur in Frankreich gibt. Also Schnecken und Muscheln und so. Und ich habe das eigentlich bis jetzt noch nie gegessen. Ich bin eigentlich auch Vegetarier, aber ich dachte mir, hey, wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeit habe, das zu probieren, dann mache ich das auch. Aber was ich sehr spannend an der Küche fand, ist jetzt eigentlich, dass auch wenn es noch so ein kleines Restaurant, obwohl es schon gestern war, ist jetzt eigentlich das trotzdem das Ganze so einen relativ hohen Standard hat. Das heißt, bei uns gibt es zum Beispiel mittel, gute und ziemlich schlechte Restaurants. Und hier habe ich das Gefühl, hier sind alle schon gut für unsere Verhältnisse, wisst ihr? Und dann geht es eben nur noch oben raus, sehr, sehr viel. Und falls ihr Bock habt, dann könnt ihr euch jetzt hier unten nochmal unsere ganze Paris-Playlist angucken. Also klickt euch da auf jeden Fall durch, falls ihr da Videos verpasst habt. Und hier kommt ihr zu unserer Easter Mode-Playlist oder beziehungsweise von anderen Mädels. Und wir sehen uns bestimmt in irgendeiner anderen Folge wieder, wo wir on Tour sind für euch. Und wir sagen einfach mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Au revoir. Bye. Wow.